Es hört sich immer so blöd an, wenn man sagt, man muss es erst mal realisieren. Aber es ist irgendwie wirklich so, weil Bundesliga, Kindheitstraum. Man sitzt immer Samstag 15.30 Uhr vorm Fernsehen und guckt die Konferenz an und jetzt ist man selbst dabei. Das ist was Besonderes. Das ist ein bisschen zu sagen. Hahaha. 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 Hahaha.